Leute, Elmore ist kein normaler Ort. Es ist eine ziemlich verrückte Welt. Wenn du mal genauer schaust, auf all die tanzenden Affen, aufblasbaren, explodierenden Schuhe, durchgeknallten Schulleiter, Väter mit Perücken, dann würdest du wahrscheinlich dein Verstand verlieren. Besser du lehnst dich einfach zurück und genießt die brandneuen Folgen der fantastischen Welt von Gumball. Heute 16.55 Uhr. Nur bei Cartoon Network. Untertitelung des ZDF, 2020